Ja, mit 67 geht man ja heute in Deutschland auch in Rente, so weit sind wir ja nun mittlerweile und das haben Sie sich dann auch... Das machen ganz wenig. Ja, ich weiß, das ist die Praxis. Gucken Sie sich mal hin, die Beschäftigungszahl der über 60-Jährigen ist extrem niedrig. Also wir sind noch weit davon entfernt. Ich finde, es muss wirklich gelernt werden, dass in einem Land, in dem Fachkräftemangel wirklich sichtbar ist, trotz hoher Arbeitslosigkeit, es muss gelernt werden, eine Kultur entwickelt werden, wie wir kompetente Leute, die wir dringend brauchen, nicht so früh wie möglich aufs Eidenteil schicken, sondern ihnen möglich machen, das müssen sie natürlich auch wollen, möglich machen, dass sie vielleicht mit halber Arbeitskraft, mit halber Arbeitszeit, aber doch bitte noch im Geschäft bleiben, weil wir sind auf die angewiesen. Wir können es überhaupt nicht leisten, die alle wegzuschicken. Das muss erst mal gelernt werden. Und wenn das gelernt ist, dann müssen wir irgendwann mal über Rentendaten reden. Aber jetzt müssen wir erst mal ausprobieren, wegzukommen von dem so früh wie möglich nach Hause. Ich habe Leute mit 50 Jahren in den Vorruhestand geschickt. Das würde ich doch heute nie mehr tun. Ich würde sagen, können wir nicht einen Weg finden, wie du durch Weiterbildung und Weiterqualifizierung vielleicht nicht so körperlich mehr schwer, aber dann doch mit deiner Lebenserfahrung noch bei uns bleiben kannst, wie du den Jungen vielleicht helfen kannst, dass sie ins Geschäft kommen. Es ist dusslig, die Leute alle so früh wie möglich nach Hause zu schicken. Es ist intelligent, in die Personen zu investieren, durch Weiterqualifizierung und durch altersangemessene Arbeitsmöglichkeiten. Humanität des Arbeitsplatzes muss man auch altersgerecht verstehen. So denke ich. Sie wollten, haben Sie gerade gesagt, auch dann nochmal ein neues Leben haben und nochmal eins anfangen. Und das haben Sie auch getan. Sie sind nämlich dann kurze Zeit später zum, und das weiß, glaube ich, nicht jeder hier im Saal, Sie sind Präsident des Deutschen Chorverbandes, der größten Laien-Chor-Organisation weltweit mit über 1,8 Millionen Mitgliedern. Ich war damals selber im Vorstand auch eines großen Sängerbundes hier im Oldenburgischen Sängerbund aktiv und ich habe das natürlich mitverfolgt und war natürlich auch begeistert. Es hat keine 100 Jahre Jubiläum gegeben. Ja, genau. Jetzt in diesem Jahr 100 Jahre Oldenburgischer Sängerbund, ganz genau. Und da gab es für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis, wo ich Sie das erste Mal auch in dieser Funktion erlebt habe. Das war bei der Chorolympiade in Bremen. So, da müssen Sie sich mal vorstellen, ich erzähle das mal ganz kurz, da war eine große Veranstaltung, über 2.000 Leute saßen in der Halle und Henning Scherf... 10.000? Ja, wir waren aber dann, das war diese Eröffnungsveranstaltung. Ich glaube, da waren, das kann auch sein, dass es 10.000 waren. Also es waren gefühlt ganz viele, ja. Und jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Aus China und aus Korea und aus Vietnam und überall kamen. So, und dann sollte Dr. Henning Scherf als Präsident des Chorverbandes das Grußwort reden. Aber Sie sollten es werden und das war... Nein, da haben Sie die Idee erst gefasst, dass ich das werden könnte. Sehen Sie, dann war es so, genau. Aber was passierte? Dr. Scherf geht ans Rednerpult und alle lehnten sich zurück und dachten, okay, Grußwort eines Politikers, können wir mal einen Moment abschalten. Und dann passierte das, dass die Sachen so, nun wollen wir erst mal ein Lied singen. Und haben also mit diesem ganzen großen Chor, nenne ich, es waren alles langes begeisterte Leute, einen Kanon gesungen. War es Viva la Musica? Ich glaube, der war es, ne? Ja, mir. Ich habe mit Viva la Musica angefangen, weil ich mich nicht traute mit den Rotkommunisten, den Rotchinesen, Dona Nobis... Ah, das ist schön. Dona Nobis Patim zu singen. Aber dann habe ich beim zweiten Anlauf, ich habe ja zwei Kanons gesungen, und ich habe mit Viva la Musica angefangen und da habe ich gedacht, jetzt geht es so gut, jetzt machen wir Dona Nobis Patim. Das ist Latein, das ist nicht nationalistisch, Latein können vielleicht viele. Die Botschaft ist gut, gib uns Frieden, das ist eigentlich, das kann man als Kommunist singen, wie als anderer, ja? Absolut. Und das hat geklappt, die Rotchinesen, die Volksrepublikaner, die haben mitgemacht. Und wir haben wirklich in dieser bunten Gesellschaft Dona Nobis Patim hingekriegt. Ich war glücklich und die haben alle gestaunt und haben gedacht, der Typ, der muss Co-Präsident werden. Da ist das entschieden. Da ist das entschieden. Eine gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Ich war auf jeden Fall überzeugt davon, dass Sie der Richtige dafür sind, denn Sie können ja mit Ihrer Art dann auch die Menschen anstecken. Sie haben es gerade betont. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Ich habe hier eine Stimmgabel. Einige im Saal wissen schon, was jetzt kommt. Und das ist auch nicht mit der Regie abgesprochen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber das nehme ich mir raus. Ich bin selber seit 28 Jahren Chorleiter und bin das mit einer ganz großen Begeisterung. Ja, sehen Sie, aber Sie waren Sänger. Sie haben vorhin gesagt, Sie singen auch fantastisch. Jetzt singen Sie Bass. Früher waren Sie erster Sopran als Kind. Ja, also so kann das gehen. Aber der Zufall will es, dass einige Chorsänger heute im Publikum sitzen. Ja, und das ist so. Ich weiß es ganz genau. Ja, natürlich. Und wenn ich jetzt den Ton angebe, das ist nicht abgesprochen, also wir versuchen es mal. Jetzt sind Sie dran. Viva, viva la Musica, mit singen. Viva, viva la Musica. Viva la Musica. Jetzt im Chor. Da hinten anfangen. Viva, viva la Musica. Viva, viva la Musika Wissen Sie was, darauf habe ich mich den ganzen Abend gefreut. Sie haben auch unser Publikum längst überzeugt. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere Chorvorstand hier. Es gibt sicherlich auch Eintrittsformulare für einen Chor Ihres Vertrauens. Es gibt sehr viele Chöre. Der Oldenburgische Sängerbund hat alleine 180 Mitgliederchöre mit über 5000 aktiven Sängerinnen und Sängern. Und doch sieht man, wenn man mal so in die Dörfer, auf die Dörfer guckt, wo es sehr viele alte Traditionschöre gibt, dass die doch auch immer älter werden. Das heißt aber ja nicht, junge Leute singen nicht. Das sehen wir ja, auch im Chor. Wie sind da Ihre Erfahrungen jetzt als Chorpräsident? Wir haben inzwischen über 4000 Kindergärten in Deutschland, die mit uns zusammen über den Felix, die kriegen dann richtig so ein Schild und üben auch richtig, singen in den Kindergarten machen. Und ich habe beobachtet, dass die Kindergärten mit dem Felix werben. Also die sagen, Eltern, schickt eure Kinder in unseren Kindergarten, weil in unserem Kindergarten wird anspruchsvoll gesungen. Und da habe ich Hoffnung drauf, dass diese Kinder, die da im Kindergarten vielleicht zwei, drei Jahre gesungen haben, in die Schule kommen und sagen, Herr Lehrer oder Frau Lehrerin, warum wird hier nicht gesungen? Ich möchte gerne, dass an unserer Grundschule ein Chor aufgemacht wird. Ich kenne die ersten. Und wenn das kommt, wenn wieder die Schulleute, also die Direktoren oder Direktorinnen, merken, es gehört zum guten Ruf unserer Schule, dass bei uns gemeinsam gesungen wird, Chor gesungen wird, dann kriegen wir wieder endlich junge Leute zum Singen, die dann nicht nur zuhören, wenn andere singen, sondern die selber singen. Und das ist eine tolle Erfahrung. Das ist für den Kopf gut, das ist fürs Herz gut und das ist auch für den Körper gut, wenn man sich selber mit Sängern zusammen darstellt. Man muss nicht eine Rampensau sein, sondern man kann dann eben mit allen zusammen, man kann mit allen zusammen gemeinsam aufstehen. Herr Dr. Scherf, Sie, unsere Künstler, ich glaube sogar Olli, auf jeden Fall unser Publikum und ich, wir sind uns einig, Chor und Gesang macht gesund, hält gesund. Und wir gehen mit gutem Beispiel voran und ich danke Ihnen herzlich für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Dr. Henning Scherf, vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus